Und damit Willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry Primal. Wir gehen jetzt ein Lager anzünden. Wir haben es gleich geschafft. Auf dem Weg hierher haben wir einiges erlebt. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, der Weg bis jetzt. Okay, zu sehen ist bis jetzt nichts. Wir rufen mal die Eule. Und schauen wir uns das Ganze nochmal von oben an. Okay, bis jetzt scheint hier alles ruhig zu sein. Wir können hin gehen. So. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier finden. Dieses Gebiet wird von einem feindlichen Stamm kontrolliert. Finde ihr Lager und brenne es vollständig in Nieder. Akzeptieren. Okay, ihr Lager ist in einem Wintergebiet. Wir statten uns aus mit einer Keule und zünden diese an. Somit arbeiten wir der Kälte entgegen. Wir müssen noch nicht mal weit. So, und Treffer Nummer eins. Treffer Nummer zwei. Ja, an dem kommen wir gerade schlechter ran. Dann versuchen wir mal mehr ran. So, kriegen wir dich jetzt? Nein. Wir lassen nochmal die Eule drüber fliegen. So können wir noch markieren. So, da hätten wir noch einen. Und war's das? Sieht so aus. So, und Treffer. Oh, oh. Mit dem hab ich nicht gerechnet. Aber wir kommen gut durch bis jetzt. So, Pfeil wieder eingesammelt. So, wir müssen mal kurz was gegen das Feuer tun. Äh, gegen das Feuer tun. So, die Kälte tun. Ähm, wir sollten jetzt langsam wieder die Kälte regenerieren. Können wir in der Zeit? Nein, können wir nicht. Ich wollte die Eule nochmal rüberfliegen lassen. Da wir jetzt den ein oder anderen übersehen haben. Nein, sieht bis jetzt gut aus. Ich will hier vorbeischleichen. Wir warten noch einen kleinen Augenblick. So. Bei den Knochen suchen wir gleich. Okay, hier haben wir den nächsten. Unser Bär macht's schon. Sehr gut. So, brauchen wir uns nicht drum kümmern. Wir suchen. So, jetzt wollen wir das Lager abfackeln. So, jetzt haben wir das Lager abfackeln. So, nochmal eins. Können wir auch den hier anzünden? Oh. Wo kommt denn hier angeblich noch einer? Äh. Ich hab keinen gesehen bis jetzt. Hier rechts irgendwo. Da hinten. Komm, sieh. Sehr gut. Richtig im Team gearbeitet. Ey, du Feigling. Komm mal her, hier. Was versucht er da? So, erledigt. Jetzt lassen wir es ein bisschen brennen, würde ich behaupten. So. Okay, da kommen noch irgendwo welche. Von links. Ähm. Ich hab sie noch nicht gesehen. Wir sehen uns aber anscheinend auch noch nicht. Wir stehen hier, blöde. Boah, was für eine Party jetzt auf einmal. So, wir müssen auch, wir müssen auch, wir müssen auch. So, hier zwischendurch. Sehr gut. Komm her, hier. Ähm. Eine Runde heilen. Haben wir. So, jetzt zünden wir das da an. Ach, da haben wir noch einen. So, jetzt zünden wir noch eine Runde heilen. Anzünden. Können wir das hier auch anzünden? Jawoll. Ähm. So, einmal ein Pfeil. Brennt. Ähm. Brennt. So, irgendwo haben wir wieder welche. Zerstöre vollständige. Und entkomme. So, haben wir das Lager. Jawoll. So, ähm. So, reiten. Und weg hier. Jawoll. Jawoll. Stammes Konflikt. Vernichten. Erfolg. So, wir hauen hier ab. Sehr gut. Können wir suchen? Jawoll. So, wir müssen hier weg. Die Kälte. Ähm. Da runter. Ist alles okay, wenn wir in die Richtung reiten. Können wir dir helfen? Ja, macht das schon alleine, ne? So. Ähm. Wir müssen... Eigentlich in die Richtung. Okay. Einmal geräuspert. Einmal alles abgeschüttelt. Gehen wir mit. Gehen wir mit. Blue Phonoros. Sehr schön. So. Hier wären wir jetzt auf dem richtigen Weh. Wir folgen dem Ganzen einfach mal. Hier sind wir auch noch richtig. Okay, hier hätten wir hochgesäuert, aber wir können auch unten lang. Wir waren hier leicht auf der Flucht, würde ich gerade behaupten. Denn da ist ein Mammut. Wir wollen hier lang. So. Und sind somit auf dem richtigen Weg. Sehr schön. So, wir könnten jetzt auch ein Speer zur Hand nehmen und den werfen. Und schon wieder? Tötet die Eindringlinge und rettet die gefangenen Ranger. Bleibe unentdeckt, sonst werden die Gefangenen hingerichtet. Oh Gott. Wieder so ein? Hm, hm. Ähm, die sind gar nicht so einfach. So, aber da es auf dem Weg liegt, nehmen wir es mit. Können wir den nicht? Ah, jetzt. Okay, akzeptieren. Udam in die Höhle und fressen Ranger-Fleisch. Manche Ranger sich verstecken noch nie. So, wir stellen ein paar Pfeile her. Oh ja, wir sind stark, genau. Wir laufen hier rüber. So, Eule. Oh! Wir schauen erst mal. Oh Gott, sind das viele. Ähm, wird kein Packenstiel. Auf jeden Fall. Ziemlich schwer. Oh. So, wir schauen immer noch. Ich vermute eigentlich hier noch. Ne, doch nicht. Okay. Wir müssen den hier zuerst ausschalten. Das steht fest. Können uns dann hochschleichen. Na, dann werden wir das Ganze mal versuchen. Da ist der. Und hier vorne ist immer einer. Ähm, mit dem Bären. Genau, den schicken wir weg. Ja, die bewegen sich auch noch. Nein! Wie mies. Zu weit weg. Dann schleichen wir mal hier lang. So. Hm. Können wir dich wegnehmen? Körper ablegen. So, wir kletteren mal einen hoch. Schaffen wir das von hier? Jawoll. So, wir dürfen immer noch nicht entdeckt werden, deswegen bin ich so ruhig. Verzeiht mir. Was war das denn gemeines? So, ist nur noch einer. Sehr gut, wir haben sie alle befreit. So. Losbinden. Wir lassen die natürlich erst frei. Bevor wir schauen, dass wir unsere letzten Pfeiler einsammeln. So und losgebrochen. Sehr schön. Haben wir doch sehr gut geregelt. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall gleich erstmal ein Lagerfeuer. Hier irgendwo standen noch welche, oder nicht? Hier oben vielleicht? Und schon wieder eine Ranger-Aufgabe? Nein. Ähm. Wir müssen uns jetzt gleich erstmal um Pfeile kümmern. Also um Holz. Denn leider gehen manche verloren. Hier haben wir nichts mehr. Nein. Aber auch da. Durchsucht. Und durchsucht. Äh. Team Amster? Sehr gut. So. Wir haben aber nur noch sieben Pfeile. Und sind jetzt auch bald bei der Hauptaufgabe. Könnte das da oben eine Beutetasche sein? Ich glaube ja. Wir schauen einfach mal. Und klettern da noch schnell mal hoch. So. So. Greifhaken. Und drauf da. Äh. Hier. Jawoll. Haben wir gefunden. So Freunde. Tasche ist fast voll mit Fleisch. Und damit verabschiede ich mich von euch. Von dieser Folge. Und freue mich. Wenn wir auch. Wieder in der nächsten Folge. Gemeinsam unterwegs sind. Bis dahin. Ciao. Junge. Tan私. Tuni. Ranft. Perfting. Conangwirat. Sauerstöffel. Puede. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020